Servus und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Danilo. Ich heiße Daniel, bin 15 Jahre alt und mache schon ca. seit 1,5 Jahre YouTube. Hier erwartet euch eine Vielzahl von Spielen von Minecraft über FIFA bis hin zu unterschiedlichen Flash Games. Öfters auch mal Commentaries oder das Format Danilo Versammenden, in dem ihr dabei sein könnt. Real-Life-Videos dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und jetzt viel Spaß mit den Ausschnitten, was euch auf meinem Kanal erwartet. Wenn es euch gefällt, lasst doch gerne einen Like da. Können auch eine. Können uns rüberwaffeln. Ich habe keine. Oh, das ist ja geil. E-D-Wreckt. Nice. Piep. 90. Minute. Das ist jetzt nicht so arg, ey. Ich kotze, ey. Ich kotze, richtig. 2-1. Oh mein Gott. Ramirez, Junge. Was geht denn hier ab, Mann? Piep. Dieser Sprung geht einfach ewig. Der geht so ein halbes Jahrhundert, bis man da unter ankommt. Ich weiß ja nicht, was ich sich dabei gedacht habe. Aber der Sprung geht echt ewig. Und der Arschung war echt kacke, muss ich ganz klar sagen. Aber es hat auch gelegt, das muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Piep. Hashtag Servus. Warum sagst du immer Servus? Wie bist du darauf gekommen? Ich sage einfach Servus, weil ich mir das so angewöhnt habe. Ich sage seit ungefähr einem Dreivierteljahr mittlerweile Servus als Begrüßung. Aber wie ich genau darauf gekommen bin? Ich glaube, ich habe es einfach so oft gesagt in der Schule oder so. Keine Ahnung. Aber irgendwie Servus habe ich dann halt gesagt. Und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie muss es noch irgendwas Spezielles sein. Und dann habe ich es halt so in die Länge gezogen. Deswegen heißt es halt Servus. Und da werde ich schon in der Schule damit verfolgt. Piep. Bisschen nervös machen. Bisschen hier, bisschen da. Bisschen hops das da. Ach shit, Alter. Hat er sogar noch getroffen. Ja, da steht es, wenn ich ehrlich bin. Zu wenig. Zu wenig, das lauft, der Scheiß. Oh! Da ist ja nie. 10 zu 9. Piep. I think I just came. Ha ha. On this beat. Had to go and get it in. Knock on your door. Baby, come and let me in. I'm here to ride it out. So baby, settle in. I'll be your remedy. Call me your medicine. That's right, your doctor. Yeah, have a little sip of this vodka. Let's get to the physical part of this examination. Call me your proctor. So finish your own time. She finished whenever you need. Turning you out while you're turning me on. Better than ever you better believe. Yes, turn to go for bro. Too much love. Call an overdose. Jay Holiday put you to bed. Then I'm gonna leave you comatose. Yeah, take a rock with me. Lean with it and rock with me. Watch. Das war jetzt mein Kanal-Trailer. Ich hoffe, ihr habt euch gefallen. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was ich zum Beispiel auch für Spiele spielen könnte, wenn euch jetzt die Auswahl nicht so unbedingt gefallen hat. Alle Ausschnitte der Videos sind auf jeden Fall nochmal in der Beschreibung verlinkt. Ihr könnt sie also nochmal angucken, falls ihr sie so nicht gesehen habt. Dann lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.